Der Faule spricht. Es ist ein Löwe draußen, ich könnte erwürgt werden auf der Gasse. Sprüche 22, Vers 13 Da liegt der Faule zufrieden auf seinem Lager. Er hat hier einen Grund gefunden für seine Trägheit, den Löwen. Der König Salomo redet hier von geistlichen Dingen. Er will sagen, diese Trägheit, die sich so übel entschuldigt, sitzt tief in unserer Natur. Sie findet sich auch in den Herzen derer, die dem Herrn angehören wollen. Da ist eine christliche Frau. Ja, sagt sie. Ich weiß wohl, dass ich mich mit meiner Nachbarin versöhnen sollte, aber die ist eben gar zu böse. Ja, sagt der junge Mann. Ich sollte wohl nach dem Willen Gottes meine Eltern ehren, aber mein Vater ist nun wirklich kein Vorbild. Da kann ich es einfach nicht. Ach ja, heißt es. Ich sollte geduldiger sein und weniger launisch. Aber die nerven, die nerven. Ich habe zu viel durchgemacht. Ich weiß, sagt man. Als Kind Gottes sollte ich von strahlender Reinheit sein, aber ich bin ebenso sinnlich veranlagt. Ich sollte treuer sein im Beruf, sagt der Faule. Aber vielleicht ist ein Löwe auf der Gasse. Wie schlimm sind unsere Fadenentschuldigungen. Denn mit Nachdruck, sagt die Bibel, Menschen, die Jesus für Gott erkauft hat, sollten fleißig sein in der Heiligung ihres Lebens. Zwei Worte der Bibel sollen hier für viele andere sprechen. Tut fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Und jaget nach der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn schauen. Gott, erwecke uns aus aller geistlichen Trägheit und errette uns von unseren falschen Entschuldigungen. Jesus, stärke deine Kinder und mach aus denen Überwinder, die du erkaufst mit deinem Blut. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön.